Warum ist Bayer Leverkusen nicht zu stoppen? Eine Frage, die eigentlich einfach zu beantworten ist. Weil wir einfach erstmal eine super Mannschaft haben, super Trainer, super Mentalität. Und so wie wir tagtäglich arbeiten, ist auch das Ergebnis auf dem Platz. Und es macht enorm Spaß momentan, so wie wir auftreten. Meiner Meinung nach sehr souverän. Aber nichts ist gewonnen. Wir müssen weiter arbeiten, weiter so arbeiten, wie wir bis jetzt gemacht haben. Und mal schauen, wo wir am Schluss enden. Wie gesagt, mal schauen, wo wir enden am Schluss. Könnte auch eins sein? Fußball ist alles möglich. Wie gesagt, ich glaube, nach so wenigen Spieltagen hat noch niemand was gewonnen. Wir haben einen super Lauf, wir spielen gut, wir sind souverän, gute Mentalität. Alles läuft für uns momentan. Aber so ist Fußball und das kann sich von heute auf morgen ändern, wenn wir denken, dass es von alleine läuft. Ich lerne tagtäglich vom Xabi, es macht unheimlich Spaß. Ist ähm. Bis zum nächsten Mal.